hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play video mit heute da da das da das nenne ich eine passende beschreibung ja es geht wieder es geht wieder um portal 1 ja war schloss ja da ist es auch wieder hätte ich jetzt beinahe vergessen ja voll vergessen machst du ja bestimmt außersehen immer nein es geht heute um die testkammer 11 bis 18 und dann ist nur noch ein paar das ist dann testkammer 19 und klart aus und dann bin ich auch schon fertig mit portals also das ganze spiel besteht aus treibend groß finde also ich hätte nicht gedacht ich hätte nicht gedacht dass ich doch noch so viele brauche hier portals 1 ich dachte zwei oder ein paar treten unterrichtet aber das wäre doch schon so lange gewesen ja ich bin jetzt in der testkammer den ich die zweite portal und finde und da werde ich jetzt auch beide beide portale schießen können ich bin so ich bin so happy also ich finde das richtig toll ich bin testkammer 11 da finde ich jetzt endlich die das hat schon eine viertelstunde gedaukt ich würde mal sagen verliebt ist ja gar nicht kurz mehr wieso also portals ist sehr lang vor allem portals 1 müsst ihr euch merken ja das ist das umfangreichste spiel ever ne das ist immer noch dieses cookie man spiel ja dieses t t a o c m dings wie es auch immer wieder heißt ich bin ich jetzt nicht die hoher irgendwas mit dem internet, die sich auch die hohe der kredite keine Ahnung schlacht mich tot geht die zweite Porto okay 1 der Rest eine Guck so, Mega-Milk Pfff, auf und zu KF ist jetzt mehr wert als die Organe und die Fortschritte Witzig so ähm ja jetzt können wir hier drei Portale schießen wenn euch noch sagen können, dass das schief geht jetzt können wir beide Portale mit dieser geilen Grafik schießen kommt der Käfer um. Warum? Warum? Dieses Radio verfolgt mich? Nein, jetzt mal ohne Witz. Da ist ein Radio. Das ist mich permanent am verfolgen. Ich werde kurz ne in mein Radio. Ne, ne, ne. Ich hab das Spiel gespielt. Das erste Mal. Da ist nirgends in keiner Testkamera ein Radio vorgekommen. Jetzt in jeder Testkamera steht irgendwo dieses scheiß Radio rum. Das verarscht mich. Das Teil verarscht mich. Ui, nein. Ich renne von mir selber weg und jagt mich gleichzeitig selber durch die Portale. Cool. Egal. Ja, wenn wir bei Minecraft seine Portale dann guckt noch was man damit machen kann. Und dann kann man die in so'n Ofen in'n Ofen machen für ne Singulary Portale. Ne rote. Und das war mir direkt schon klar, dass die dann kaputt ist. Weil dann schießt die nur rote Portale. Deswegen helf ich nach Singulary Portale. Bereit machen zum Rausschleuder. Kev und die anderen haben draus verstanden, dass dann nur noch der eine die benutzen kann. Okay, ich mag grad der Untertitel hier. Ist beschissen. klar, das sagt sagt irgendeinen langen Satz und da Untertitel, also klar, das sagt, hat gesagt, soll ich jetzt mach dich bereit fehlen, Abflug oder irgendwie sowas. Und als Untertitel hat dann gestanden, hinauf, hinauf. Ah, ja. Also das nenne ich Übersetzung. Oder Untertitel, was auch immer. Das nenne ich perfekt. So, was ist denn hier heute in Test, 12? Test, der Cube und so dort. Ach, egal. Wird schon irgendwie gehen. Ja, diese Portale. Ich liebe ihn. Also ich liebe diese Portale mit der richtig geilen Grafik. Vor allem bei Portale 1 ist es echt genial. Portal 2 finde ich ja eigentlich noch nicht geil. Das Geile ist, ich hatte mal die Crack-Version. Da waren die Portale... Da war die Grafik von den Portalen sogar noch besser wie bei Portal 2. Dann kaufe ich mir das Spiel. Oh, die Grafik ist beschissen. Das passt nicht supergeil. Aha. Ich frag mich, warum... Recherich seit es andersrum sein. So, jetzt muss ich das Teil der... doch hinten. Ja. Aber bei Portal 2 finde ich die Grafik richtig nicht geil. Ja, die Grafik ist schon cool. Aber bei Portal 1... Ja. Wie... Ja, die Coop-Roboter. Das zeige ich euch auch dann bei Portal 2. nach demnächst. Vielleicht hol ich's auch mal. Dann können wir hier zu zweit spielen. Hey, dann können wir endlich mal zu zweit hier spielen. Ich hab das noch nie zu zweit gespielt. Ich hab immer noch Single-Player. Da sie nun beide Portale kontrollieren, wird die nächste Test sehr, sehr lange dauern. Ne, ähm... Es gibt kein... Pfff... Es gibt... Boah, Kladus hat mir schon mal Schnauze. Nein! Ja, seit wann hörst du Kladus? Ja! Seit wann hörst du Kladus? Ja! Ich muss mich selber aus- Seit wann heißt du Kladus? Ja! Heute? Ne, die Antwort wurde genial. Seit wann heißt du Kladus? Ja! Heuute? Ne, die Antwort wurde genial. Seit wann heißt du Kladus? Hehehehe! Hehehehe! Da ist schon wieder die Mittag gefroren, wann man fragen muss. Sagt die, ja? Da ist schon wieder dieses Scheiß-Radio! Das verarsch... Radio! Das Killer-Radio! Das Radio verarscht mich echt! Ohne Witz! Portal 2 am Anfang kommt auch ein Radio! Ja! Und bei Portal... Bei Portal 1, in diesem... In der... Kämmerchen da... Wo man am Anfang so aufwacht, steht ein Radio. Dieses Radio verfolgt mich! Durch alle Testkammern! Oh Kaja! Kannst du dich nicht aufheben und irgendwo hin durchs Fenster mal zurückwerfen? Wenn hier Fenster wären, könnte ich das machen! Da sind aber keine Fenster! Da hab ich jetzt auch gesagt! Krieg! Was? Krieg! Was? Ne, äh... Was heißt es nicht so klassisch, wo eigentlich so Doktoren stehen müssen, die aber alle getötet worden sind. Von Kladus! Was? Waren eben Noobs, sie konnten nix! Was ist jetzt mit dem Cube los? Hallo! Geh da durch! Er verfolgt mich jetzt vom Cube oder was? Ne, das will dann nur durch die Platte! Das wär so epic! Ja, jetzt ist schon glücklich darin und steht auch so Cube! Das gibt's doch nicht! Das muss ich schnell hinstellen bei dem... Ach, total! Was? Whatever! Ein Radio verfolgt dich! Und dann auch noch ein Cube! Ein Cube? Ein Cube Radio! Ein Kia Radio! Jetzt hast du den ganzen Witz versaut! Der Witz, der nicht vorhanden war! Ja! Irgendwie traurig, ne? So! Und ne, oh, eine Treppe! Ey! Minecraft! Was mich gar nicht nervt oder so! Ne, warum? Ich hab letztens ein Spiel bei Minecraft gefunden! Das ist irgendwie voll witzig! Ähm, ja! Ne, ich werd dir nicht sagen welches! Ne, ich hab grad auch schon gedacht, werd ich so erfahren welches! Ne, das ist irgendwie so... Sky, PvP... Juck-Controller oder was? Ne, das ist Sky PvP! So heißt das! Das ist einfach, äh... Das ist wie Skyblock, nur dann halt noch verbunden mit PvP! Ähm... Ich hab's bis jetzt noch nicht so gut an, riet weiter! Doch, es ist gut! Äh... Also man muss zuerst mal wie bei Sky... Block... Mh... Hier bei Skyblock halt so... Die ganzen Bäume... Im Baum abholzen und alles machen sich vorbereiten... Und dabei die anderen Leute killen! Und... Wer hat sich Skyblock aufbaut? Die anderen Leute... Wer hat sich Skyblock aufbaut? Ja, man hat zwei Leben! Bis ich erstmal verstanden hab, worum es da jetzt genau geht... Bin ich schon gestorben! Äh... Bis ich erstmal kapiert habe, dass es da darum geht... Bäh... Dass da darum geht, dass... ähm... Muss ich schaffst, zweimal sagen... Ja... Ja... Ja, ich hab' mich grad nur gediötet, mein Muttersrein kommt... Ja, okay... Ja, ich hab' schon gedacht... Ich hab' schon gemütlich, weil du mich nicht magst oder so... Okay, irgendwie krieg' ich den Teil leider nicht mehr hin... Ich bin die ganze Zeit am sterben... Das Radio behindert dich! Nein, das Radius diesmal nö... Was mach' ich da? Das Radio sehe ich bis jetzt nicht... Bis jetzt... Was mich etwas stutzig macht... Was hat das Radio vor? Ja, gleich kommt's! Da, das! Radio! Hey, 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 ich bin am Kontroll... Ich bin am Kontroll, oder? Was zu? So, Plattform, ja... Radio! Bereit für den nächsten Test! Äh... So... Jetzt baue ich das ja mal so richtig... ...harrt... ...auf! So... No... Ich hab' echt keine Idee! Hach, geschafft! Und, nein! Hey, das Radio ist hier nirgends! hast du brot ich hab das radio dahinten ist das radio ok ok das ist jetzt eine challenge ich werde jetzt geht es kann dieses radio suchen ok ich glaube ich mach doch hier platz aus es ist doch ein bisschen langweilig marken die testkammer werden komischerweise schwerer komisch ne ja das radio hat nicht in seinem spiel wenn jetzt erst die testkammer 15 kuchen und trauerverarbeitung stehen am ende des tests zu verfügen kuchen am ende gibt es kuchen auszuhelfen ich habe bis jetzt noch gar kein radio gefunden ich habe kopfweh schön für dich das ist mein konnekt detektions so ist das radio ich weiß dass hier irgendwo bist du brauchst er meine klassen von den sie schwingen Okay. Connected Textures Fancy. Hm. Weiß der Geier was. Keine Ahnung, ob der was weiß. Ich hab bis jetzt noch kein Radio gefunden. Das Radio ist noch nicht vorbei. Das ist bestimmt hier noch irgendwo. Jetzt kommt's. Radio. Hallo, ich bin Ben. Was ist das? Okay, jetzt hab ich schon Angst. Wo ist das Radio? Hätte ich jetzt auch gesagt. Hey. Okay, gut. Ach, den Teiler krieg ich nicht hin. Ich bin halt mal verzweifelt. Fast. Du hast das Spiel schon mal durch den Sack. Sagt, den Teiglitschnitten. Eine in einer Zeit. Erstmal so einer ganz, ganz, ganz lang Zeit. Das kann noch ein bisschen dauern. Oh, ich hab's geschafft. Okay, ich hab's doch nicht dran gedauert. Ich hab's gewartet. Aber was ist das? Ah, der Test ist aber noch nicht vorbei. Also von daher... Ich erwarte das Radio noch. Ich hab's gewartet. Ich hab's gewartet. Ich hab's gewartet. Ich hab's gewartet. die nun und kommen morgen doch da da die wo ist das Radio ja die erste Frage ist jetzt hier stelle wo ist das radio ich höre es da ist es ich hab's gefunden ich hab's noch da Oua! Etzio! Oups! Oua! die um die Mutter und Lisa Krummler ständig bin um mein Zimmer zu begutachten ach es ist hier aufgeräumt um ich habe das Radio gefunden er hat mich jetzt nicht besser gut versteckt wo man es gehört aber diese Musik die aus dem Radio kommt nur auf wir können die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen ja mein Schwerstock und Katrin ruft so ach es ist neu und sauber oh wo sind dann die ganzen Sachen soll ich jetzt sagen nach dem Test kann nach der Test kann mach ich jetzt doch mal aus so du gehst hier kannst du auf mich schießen wie du willst du hin und du kannst jetzt sagen was du willst doch du meintest hallo where did you hear me ich verzeihe dir ja verzeihe mir ja verzeihe mir wer hallo ey weiter runter au 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 ich mach die Türbeide so lustig da hat so ne süße Stimme ich hab so ne füße Stimme auch und abdrücke auch wie süß und und da kam mit Schrift gehen ich bin auch die schießt mich auch ob es ist und mann süß als macht es nicht ab nur das natürlich dokument und du hast einen getötet ne ich halte die nur aus deswegen machen sie auch rate was ich gefunden hab im Radio ist ein Küchen ne da ist so ne komische Musik die Töte die Töte das ist nicht offen ich konnte in der ich muss jetzt erst mal die Städte die Städte ja genau das ja ich weiß wie doch ich bin dir nicht böse do you know what i mean was ja aber ne fast ey das die androiden existiert und sie bei widerstand dorthin geschickt werden also in dem spiel können die dich töten ja du musst dringend mal mit deinen Eltern reden was du hier für gewalttätige Spiele spielst wenn man das kann man auch sterben da gibt es auch keine Türme die schießen doch mit dem Portal Mod das ist auch speziell vom Mod eingefügt dafür kann Minecraft nicht mit dem Panzer kann man Pfeile schießen äh und man kann generell Pfeile schießen aber die Pfeile die sind nur zum Abwehr gedacht nein ja die Türme auch weil die Türme töten die Pfeile auch aber man muss nicht mit den Pfeilen schießen wenn Türme einen Sehner schießen sie automatisch sie müssen und auch auch wenn man sie an macht schon okay naja würde ich sagen ein das reicht und für dieses Mal ähm würde ich sagen bis zum nächsten Mal bei Portal oh ähm ähm okay äh äh zunächst mal mit dem Radio oh Gott ich höre jetzt schon die Türme naja da bin ich mal gespannt bei der Testkammer hier was drauf nicht ach ne das ist nicht ach ne das ist nicht ach ne das ist ne Testkammer ohne Türme da hab ich mich verhört äh ich hab von der Testkammer hier unten drunter äh ich hab von der Testkammer hier unten drunter von denen wo alle tot sind aber egal ähm äh geht's also zu du hast sie getötet äh 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 ich hab's nicht äh 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 bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bei äh bei Portal ok bei dem Radio bei dem Stalker Radio hihihi ich bin gespannt wo es jetzt bei den nächsten Testkammern ist ob es bei Kladus auch vorkommt nächstens bei Jungen Kopf oder was weiß ich da sitzt bestimmt auch Kladus drauf sag ich doch nein ich versuch's gar nicht erst ähm ok äh 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 ok bis zum nächsten Mal wenn's wieder heißt äh schöne Farben äh schöne Farben schöne Farben äh noch mehr schöne Farben wie beim letzten Mal äh und noch mehr Töne vielleicht ja die Pods haben verschiedene Töne wenn man sie abfeuert hier hier macht's so I'm the friend I'm the friend I'm the friend ja ok dann würde ich sagen bis morgen tch 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 tch